Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter vor 8. Es ist im Moment außergewöhnlich warm bei uns und auch sehr sonnig. Hier über Zwickau konnte man heute so die Reste einer absterbenden Front sehen. Das waren ein paar dichtere Wolkenfelder, die sich dann auflösten. Dazwischen viel blauer Himmel und hohe Temperaturen. Und das so ziemlich deutschlandweit. In Ihringen heute 29,5 Grad. Das ist so ziemlich das maximal Mögliche für jetzt Ende September. Zwickau, von dort ist auch das Bild. 29 Grad, Landau 28,8, Rudolstadt 28,5. Husum dagegen, 20,1 Grad. Von Nordwesten drückten dichtere Wolkenfelder herein. Und das sind Vorboten eines Frontensystems. Mit dem bekommen wir es dann auch in den nächsten Stunden zu tun. Das ist eine schwache Kaltfront, die über uns hinwegzieht mit ein paar Schauern. Dahinter wird es morgen im Laufe des Tages wieder auflockern. Und Sie sehen, dann streifen höchstens den äußersten Norden mal ein paar dichtere Wolken mit leichtem Regen. Ansonsten wird es für die meisten trocken weitergehen. In der Nacht, vor allen Dingen von Baden-Württemberg bis nach Bayern und rauf bis in die Lausitz. Sternklarer Himmel, das gilt auch für Sachsen-Anhalt. Nach Nordwesten hin schon etwas kompaktere Wolken, die hereindrücken. Gegen Morgen kann es in Ostfriesland, beziehungsweise von Ostfriesland her, die ersten Schauer geben. Die Temperaturen liegen morgen früh in den höher gelegenen Mulden bei 7, 8 Grad. Sonst sind es meist 11 bis 17 Grad in der Köln-Bonner Bucht. Morgen Vormittag dann viel Sonnenschein noch nach Süden hin, nachdem sich der Nebel aufgelöst hat. Ansonsten kommen aus Nordwesten die kompakteren Wolken der Front. Einzelne Schauer sind dabei. Auch im Laufe des Nachmittags kommt diese Front noch ein bisschen weiter nach Süden voran. Im Südosten Bayerns und auch im Süden Baden-Württembergs bleibt es lange trocken und sonnig. Etwas kräftiger regnen kann es dann mal so Richtung Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Aber hinter der Front lockert es bereits wieder auf. Die Temperaturen steigen dann im Nordwesten. Hinter der Front eine Kaltfront auf 20 bis 23 Grad. Vor der Front werden es nochmal bis zu 29 Grad Richtung Oberrhein. Und der Wind kommt meist schwach aus südwestlichen bis südlichen Richtungen. Dreht hinter der Front auf Nordwest. Dort wird er dann noch deutlich spürbar sein und ist frisch unterwegs. Die nächsten Tage, am Samstag letzte abziehende Schauer. Dahinter Sonne und ein paar Wolken bei bis zu 24 Grad. Sonntag vor allem nach Norden in dichte Wolken mit etwas Regen und sonst wieder sonnig. Schönen Abend.